Hallo und einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zum Wetter am Sonntag hier bei wetter.net. Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen Samstag gehabt. Wie angekündigt gab es ja viel Sonnenschein. Temperaturen verbreitet von 15 bis 20 Grad. Und auch die nächsten 5 bis 6 Tage, die bleiben viel zu warm für die Jahreszeit mit Temperaturen von bis zu 20, teilweise auch mal 21 oder 22 Grad. Und erst am letzten Februarwochenende wird es so ein klein wenig kühler werden. Aber kommt danach nochmal der große Wintereinbruch, vielleicht im März oder im April. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass es nochmal verspätet Wintereinbrüche gibt im Frühjahr, wie eben im März oder im April. Aber das müssen wir uns gleich nochmal anschauen. Was sagen die Ensemble-Vorsagen für die nächsten 7 bis 14 Tage? Gibt es nochmal Schnee bis ganz runter? Ihr könnt ja auch gerne mal einen Kommentar hinterlassen. Wo genau wurde dieses Foto hier aufgenommen? In welcher Stadt und welches Denkmal, welches Gebäude sehen wir hier auf diesem Bild? Ja, das Wetter bleibt erstmal sehr spannend. Die nächsten Tage gibt es Dauerfrühling bis zum Monatswechsel. Ü20 Party, jeden Tag Temperaturen von knapp 20 Grad und darüber. Also für die Jahreszeit deutlich zu warm. Vor gut einer Woche, da hatten wir um diese Zeit noch Frühtemperaturen von bis zu minus 25 Grad. Stellenweise lagen 30 bis 40 Zentimeter Schnee und das selbst im Flachland. Und heute ist wieder ein Frühlingserwachen angesagt. Gestern schon, da war es sehr warm gewesen. Die 20 Grad Marke ist erreicht worden. In Müllheim, in Baden-Württemberg 20,3 Grad. In Notzingen 19,7 Grad. Freiburg 19,1 Grad. Metzingen 18,8 Grad. Stuttgart 18,2 Grad. Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz 17,9 Grad. Und Offenbach in Hesse 17,8 Grad. Also es war doch sehr mild gestern schon gewesen. Was heißt mild? Ich würde mal eher sagen, es war schon richtig warm. In der Sonne noch gefühlt 2, 3 Grad Wärme. Und auch heute geht es ähnlich weiter. Direkt aus Nordafrika, da strömt die warme Luft über Spanien, Südfrankreich bis nach Deutschland. Da ist auch teilweise wieder Sahara-Staub mit dabei. Und deswegen ist der Himmel manchmal ein klein wenig trüb. Und die große Kälte, die ist mittlerweile wirklich weit abgedrängt worden. Und wenn ihr wissen wollt, wie das Wetter bei euch vor Ort wird, dann ladet euch doch einfach unsere wetter.net Wetter-App runter. Den Link zum Download gibt es hier unten wie immer in der Videobeschreibung. Und vielen Dank an Niklas K. für dieses tolle Foto. Gestern am Samstag aufgenommen am Bodensee, Frühling am Bodensee. Man hat so ein richtiges Mittelmeer-Feeling, wenn man dieses Bild sieht. Hier vorne ist die Insel Lindau zu sehen. Also es war wirklich gestern in ganz Deutschland ein traumhafter Tag. Wir blicken auf den heutigen Sonntagmorgen. Auch der bringt verbreitet viel Sonnenschein. Aber auch stellenweise so ein bisschen Nebel oder Dunst. Vor allen Dingen in Flusslagen. Da kann es längere Zeit heute dauern, bis die Sonne rauskommt. Aber sonst verbreitet schon am Morgen viel Sonnenschein. Und auch am heutigen Mittag gibt es immer wieder recht viel Sonnenschein. Ein schöner Sonntagmittag. Und auch zum Sonntagabend keine große Wetteränderung. Oftmals Sonnenschein. Hier und da aber immer noch Dunst oder Nebel. Und die Temperaturen, die steigen heute auf Höchstwerte um die 13 Grad. Im Südosten sonst so 14 bis 16 Grad. Und im Westen und Südwesten werden heute wieder so 19 bis knapp 20 Grad erwartet. Die kommende Nacht dann relativ kühl. Die ist ja klar. Und dann sinken die Temperaturen in den Keller. Morgen früh im Westen 8 bis 5 Grad. Sonst 5 bis teilweise 0 Grad. Verbreitet kann es vor allen Dingen hier im Süden und Osten nochmal Bodenfrost geben. Also ein ziemlich kalter Start wieder in den Montag. Dafür am Montagmorgen oftmals wieder klar, wolkenlos, stellenweise, aber auch wieder dichter Nebel. Das sind diese gelben Symbole hier, Nebelsymbole. Vor allen Dingen entlang der Flüsse. Da kann es auch morgen früh wieder ziemlich dunstig zur Sache gehen. Der Montagmittag. Dann verbreitet wieder sehr sonnig. Wenige Wolken. Nur ab und zu mal ein paar Wolkenfelder. Und auch der Montagabend bleibt überwiegend freundlich. Das Ganze bei Höchstwerten am Morgen im Montag zwischen 18 bis 20 Grad im Westen und Südwesten. Sonst steigen die Temperaturen auf 13 bis teilweise 17 Grad im Norden Deutschlands. Also auch dort oben im Norden, da wird es richtig frühlingshaft warm. Der Blick auf den Dienstag ähnlich. Es geht warm weiter. Viel Sonnenschein. Die Temperaturen steigen im Osten auf 19 Grad, im Westen und Südwesten auf 20 bis 21 Grad. Und sonst so mittendrin zwischen 15, 16 Grad in der Mitte und 17 Grad im Norden Deutschlands. Viel Sonnenschein. Hier und da trübt aber weiterhin der Sahara-Staub so ein bisschen den Himmel. Und auch der Mittwoch bleibt sehr warm. Am Niederrhein teilweise bis zu 22 Grad. Sonst am Oberrhein bis zu 21 Grad. Im Norden bis zu 17. Und der Rest des Landes bekommt Temperaturen um die 14 bis 16 Grad ab. Und wie gesagt, das sind die Temperaturen, die wir im Schatten erwarten. In der prallen Sonne, da fühlen sich diese Werte nochmal 2 bis 3 Grad wärmer an. Und auch der Donnerstag bringt weiterhin Frühlingswetter viel zu warm für die aktuelle Jahreszeit. Die Höchsttemperaturen erreichen im Südosten bis zu 16 Grad, um 18 Grad in der Mitte und bis zu 21 Grad in Teilen von Nordrhein-Westfalen. Am Freitag wird es dann langsam ein klein wenig kühler aus Norden. Die Temperaturen hier noch 13 Grad, auch sonst mit 15 bis 18 Grad ein paar Grad tiefer als an den Vortagen. Und auch der Samstag bringt langsam eine kleine weitere Abkühlung. Die Höchsttemperaturen dann nur noch im Norden so um die 11 bis 14, teilweise noch 15 Grad Richtung Niederrhein. Im Südwesten nochmal Temperaturen bis zu 18 Grad. Und wir schauen noch auf den letzten Februartag, nächsten Sonntag. Temperaturen dann im Norden nur um 9 Grad, sonst noch 10 bis teilweise 17 Grad. Was sag ich nur, es ist natürlich für die Jahreszeit immer noch viel zu warm bei diesen Werten. Und besonders spannend ist diese Karte hier. Das sind die Niederschlagsummen bis zum nächsten Sonntag, bis zum letzten Februartag. Und es fällt wirklich nichts vom Norden über die Mitte bis in den Süden. Das große, mächtige Hoch, das Frühlingshoch, das hält voll durch und lässt einfach keine Niederschläge mehr zu bis zum Monatsende. Also die letzte Februarwoche, die fällt eigentlich überall trocken aus. Die Trockenheit, sie meldet sich schon wieder so ein klein wenig zurück. Zum Schluss, wie immer noch der Blick auf die Ensemble-Vorhersage für den Norden Deutschlands bis zum 8. März. Da erkennt man auch sehr schön in den kommenden Tagen sehr warm, Temperaturen um 15 Grad. Dann zum Monatswechsel, dann kommt so ein bisschen kühlere Luft. Aber man erkennt auch bis zum 8. März, da ist erstmal kein Wintereinbruch in Sicht. Kein Märzwinter wird erwartet. Es bleibt auch bis zum 8. März meist mild, Temperaturen um die 10 Grad und bis zum 8. März weiterhin kaum Niederschlagssignale. Die Trockenheit, die baut sich langsam wieder auf. Wir blicken auf die Ensemble-Prognose für den Osten Deutschlands. Hier auch relativ ähnlich in den kommenden Tagen immer wärmer, Temperaturen um 15, 16, 17 Grad. Danach auch zum Monatswechsel, hier ein klein wenig kühler. Aber insgesamt bleibt es wohl bei Temperaturen um 10 Grad. Also auch im Osten hat der Winter nach dieser Prognose bis zum 8. März erstmal keine weitere Chance. Und es gibt auch kaum noch hier im Osten Niederschlagssignale. Ja und der Niederschlag, der bleibt auch im Westen weitgehend aus. Wir schauen hier auf die Ensemble-Vorsage in Sachen Niederschlagsumme für den Westen Deutschlands. Und ja, der mittlere Wert liegt irgendwo bei 10 Millimeter oder 10 Liter Niederschlag pro Quadratmeter bis zum 8. März. Das ist wirklich sehr, sehr wenig. Aber es gibt ja auch einen Modelllauf, der geht rauf auf fast 65 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Aber ich denke mal, das ist eher so ein Ausreißerlauf. Auf dem Mittel, die rote Linie, die bleibt irgendwo maximal bei 10 Liter Niederschlag pro Quadratmeter stecken. Also wieder eine sehr ausgeprägte Trockenheit in den nächsten 10 bis 14 Tagen. Das war es vom Wetter hier bei wetter.net. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir freuen uns natürlich auch über ein Abo auf unserem Wetterkanal bei YouTube. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Macht's gut, geht raus, genießt mal ein bisschen das schöne Wetter. Ein kleiner Spazierum ins Haus ist ja mal drin. Raus auf den Balkon oder auf die Terrasse. Und ansonsten sehen wir uns bald wieder. Tschüss.